Schlimm, weil liegt ja am Alter. Alter, das kannst du zu Bane sagen, aber nicht zu mir. Achso, ja, stimmt. Liegt am Jungschwund. Ich hab Jungschwund, genau. Ben? Äh, ja. So, dann werden wir da mal das Dachchen, ein Däschchenlein, rauffeuern und dann schauen wir mal. Werden wir? Werden wir. Hm. Ich mach da jetzt noch eine Runde rum. Die ganzen Trichter sind voll mit Hühnereiern. Ja, ich mach das dann noch, dass da mehr reingeht oder so. Oder, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. So. Ben? Wir bekommen auch noch ein schönes Dach, oder was? Ja, sicher. Scheiße, ich muss mir noch mehr davon holen. Dann müsstest du das aber da innen drin auch ausleuchten, ne? Warum? Wenn du den Deckel drauf machst, spawnen da drinnen, äh, Zombies und sowas. Äh. Ja, dann leuchte ich's aus. Wenn du dann glücklich bist. Naja, außer du willst da, äh, Schühner und Zombies und sowas haben. Wenn du drauf bestehst? Ja, besteh ich drauf. Hm, da müssen wir das so machen. Ich will, dass das tiergerecht ist. Genau. So, ich glaub, das reicht erstmal im Fall. Laufen wir halt nochmal 50 Mal nun her? Ist auch nicht so schlimm. Ne, machen wir auch alle so. Also ich würd sagen, der Hafenbereich ist relativ gut fertig gemacht, der Steg. Ja, das... Geht's ja noch weiter. Ja, jetzt hat er einen Steg gebaut und sagt, so, jetzt bin ich fertig. Was soll ich denn da sonst noch hinbauen an den Steg? Soll ich da noch was draufbauen? Guck mal, hier ist ja... Na, äh... Ja, du kannst Holzfässer noch craften und hinbauen und... Das find ich aber nicht schlecht. Ja. Dann hast du halt hier unten die Anlegestelle für die kleinen Boote, dass du hier halt mit den kleinen Booten anlegen kannst und hier oben soll ja dann mit Seilen das Schiff befestigt werden und hier dann ist das der Übergang. Mhm. Nice. Das war jetzt so das, wie ich's mir vorgestellt hab. Und dann geht's ja hier weiter. Hier muss der Weg noch hin und dann müssen wir gucken, müssen wir das gestalten, dann brauchen wir noch einen Kuhstall. Äh, nee, einen Schaf-Kuhstall. Einen Schweinestall. Schweine willst du auch noch haben? Nee, sicher. Soll ja alles hin. Du Heiliger. Ja. Wir wollten ja die ganzen Nutztiere hier sammeln. Achso. Ursprünglich mal. Die ganzen Nutztiere. Ja, das nennt man so. Ja, ich weiß. Aber. Naja, aber? Nö, nee. Kein aber. Oh so. Hey. Ja, ist schon gut. Verdammt. Jetzt hab ich irgendwie was falsch gemacht. Nein, jetzt bin ich rum. Fast braucht man ja auch diese halben Dinger. Hä? Hä? Äh. 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 Was slaps? Hm. Das Ekelzeug halt. Oh, mir auch. Nein, nein. Das ist mal ein bisschen spitzeer, das Dach. So. Zehn Fenster sollten reichen, ne? Hm. Erstmal. Hm. Erstmal. Ist er schon ausgeleuchtet? Nee. Wie kannst du denn dann da schon ein Dach drauf bauen? Aber die können auf Trichtern, glaub ich, nicht spawnen, oder? Doch, soweit ich weiß schon. Ja, dann müssen wir unten irgendwo ein Licht reinbauen oder so. Du kannst ja nochmal reingehen. Du kannst ja rauskriegen. Ach, echt? Ich darf nochmal reingehen. Sehr schön. Wenn du mir Fackeln gibst, kann ich das gerne machen. Äh. Hab ich nicht mit. Hm. Ähm. Hier vielleicht in der Truhe noch welche drinne? Das kann sein. Ne Laterne. Dort. Aber daneben dir steht auch eine. Da steht ne... Ne... Ne Laterne. Da steht ne Fackel. Auch wenn du dich gerade im Kreis drehst. Steht daneben mir ne Fackel? Äh. Bist du... Ja. Stehen hier oder was? Du bist blind. Hab ich ja ganz vergessen. Die hab ich jetzt aufgesammelt. Super. Ja, wenn geh her hier. Junge. Ich kompensiert mit dir hier. Junge, genau. So, vier Stück müssen reichen. Dann begebe ich mich jetzt auf die Rettung der Hühner. Dass die da drin nicht von Zombies zerfressen werden. Wenn man überhaupt noch aufs Dach kommen würde. Nein. Nein. Genau deswegen hätte man sich dort sparen können. Och nee. Wieso? Was machst du da? Du bist ja schon wieder ne Freie. Ich bin mit dem Bauen nicht fertig. Und du musst, Digga. Äh. Ich schnallst da Hühner rein. Obwohl das... Sinnfrei ist. Wieso bist du doch noch nicht Fäh mit Bauen? Ja. Den muss ja noch dekoriert werden. Och mein. Hab ich jetzt hier hinten auch... Dekoriert werden. So. Dann hätten wir das schon mal. Dann kann ich die weglegen. Ne, das brauche ich noch. Aber... ist alles okay bei dir, Hibber? Ja, ja. Ich mach bloß den Hühnern. Ach, du hast neue Freunde gefunden. Ach so. Hm? Kann man es auch nennen. Ich mach bloß den Hühnern. Ich mach bloß den Hühnern. So m das so du musst sie aber nicht erlaufen dann erstapeln das ist bewusst so noch ein stein so ja doch das kann man so machen das ist gut mir gefällt der hafen so wie er ist gerade du meinst der steg der steg ja hafensteg ist alles dasselbe nee der hafen ist ja das ganze gebiet und das gefällt mir noch nicht so wenn ich ehrlich bin für mich ist es alles dasselbe wieso ich fuchs war nee gar nicht nur der deutschen Sprache mächtig mhm finde ich auch mhm mhm nicht mhm sondern mhm mhm wenn du das sagst dann lass ich das einfach mal so im Raum stehen ach so so mhm da können wir nur Laternen drauf Leuchtung klar könnten dann noch Laternen drauf nehmen sie einfach mal was ist das also Fackeln guck mal warte da sind Laternen drin habe ich gerade reingelegt sechs Stück naja nicht so viel aber nein 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 da ist die 64 Steg auch noch drin zweite Reihe drittes Dings ja hab ich es gesagt okay lass mal das so im Raum stehen ja ich hab ich hab nichts davon gehört so 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 das passt doch schon mal auf der Seite so ist wieder zappen booster ja geringfügig die habe ich natürlich hinten abgelegt natürlich ich hoffe dass wir hier irgendwo noch vier stück da werden wir sehr weit mitkommen da ist auch noch ein bisschen was wenn das lager muss man nichts mehr elendig suchen ne pen ja ich komme hin penne ok das lachst du nichts dann wären wir mal das ist jetzt die frage ob er hier sei denn mach ich das ich glaube hier mach ich dir als erstes mal fertig mit den diorien dingern jetzt tun die viecher hier schon auf den gerüsten rum ich glaube ich schon sehr schön aber du wusstest ja 50.000 von den viechern spawnen es ging ja gar nicht anders ich kann ja noch mehr davon sporen wenn dir das zu wenig ist hafen passt jetzt beziehungsweise nicht hafen sondern steg ok das ist cool ja genau auch nichts ach so na dann sind da jetzt überhaupt noch hühner drin oder ja ach so ich glaube schon ich hoffe ist nicht so das problem kann man uns gleich drüben ja es sind nur welche teure ich kann da gerne wieder welche hinzufügen mach ich gerade ach so machst du grad na dann lass ich dir das mal den spaß ja genau es ist mal geil wenn du aus einem stack nicht mal eins rauskommst mhm das ist richtig geil ich kümmere mich ums abschlachten so willst du sie nicht auswachsen lassen dann schmecken sie besser ja dauert mir zu lang und so das ist mal eine gute quote jetzt so ähm ja boah ein helikopter ne motorrad helikopter war es nicht ich begebe mich mal zu den studenten weil ich äh raketen brauche ne oh ja das wäre eine gute idee sogar woher ein weg vorhanden ist woher ein weg vorhanden ist bräuchte ich irgendwann auch könnte man sich ja mal in die richtung begeben na na so komm hoch 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 nicht runter so ich liebe den weg jetzt schon schnell durch rennen das ist so das ist echt ein höllentrip ja du gehst ja auch gerade durch nieder ja merke ich auch daran dass ich fast tot bin namensprogramm da unten da wir die mir jetzt nicht alleine da stehen lassen wollen glaube ich zumindest hier ist schon mal immerhin etwas immer lang zu gehen das ist ja noch gar nicht zu hier oben ist eigentlich zu so habe ich welche mit ich wollte ich jetzt nicht drücken nicht eigentlich nicht einfach mal die lütra wegschmissen die rakete was hast du denn blaues eis verkaufte super ach so ja so es wäre schön wenn jetzt nacht wäre dann spawne ich ein bisschen mehr zähne ok wenn wir das so anschließen so wäre überhaupt nicht ein zwei drei vier fünf sechs zwei drei 8, 9, 10